Der rheinische Staat hat konspirativen Gesetzesnissen. Der Grünkindl hat doch bloß die verkehrten Leute gefragt. Genau, ich hätte schon ein paar Euro locker gemacht. Otto? Wirklich? Wie viel? Ja, wie viel was? Ja, wie viel Lösegeld hättest du damit gezahlt? 10 Euro. Ja, du Scheißkirch! Ja, ihr Männer seid's ja alle. Jetzt weiß ich auch warum, dass wir herrschbar geflangt werden. Männer werden sie hergenommen werden. Die sind völlig ungebraucht.